Ich habe hinter mir eine Brustkrebserkrankung, danach Chemotherapie, danach Bestrahlung. Meine Tochter ist auch in ein tiefes Loch gefallen. Das allgemeine Ziel ist, dass sich hier Mütter und Kinder gemeinsam aufhalten, die Mütter aber auch alleine die Gelegenheit haben, sich von ihren Krankheiten zu erholen und Kraft für den Alltag zu sammeln.